Ich rechne einfach mal mit dem Schlimmsten wie eh und je. Schützen würde sagen 3 auf 12 Uhr Ziel 3 klar zum Feuern auf deinem Signal was auf deinem Signal Ziel erledigt wir müssen uns um noch 3 Gegner kümmern Ok die Ruhe ist erledigt dann können wir auch auf die schweren Geschützer zugreifen Ziel erledigt jetzt haben wir sie Balkon alter Aua der andere Sniper war noch da Auf dem Balkon Schafspitze Schärfe aufstehen Hab ihn Da ist noch einer Auf den Schafspitzen Schönes Ding Verstanden Noch einer Scheint nicht Auf den Schauss Schafspitzen Auf den Schauss Auf den Schauss Angriff Ich bin unterwegs Opening Musik Musik Ich bin unterwegs Fettgelagelt! Direkt voraus! Er ist tot! Und ein Fäderbeschuss! Einfach, wir sind unterwegs! Ey, fickt euch! Wie unnötig! Unnötig! Tarnung, Leute! 30, geh in Position! Das ist ein zweites Ziel! Und drei! Bereit auf dein Signal! Bin dabei! Ich hab mein Ziel verloren! Der Feind ist an einem... Er stand gerade direkt vor mir, ich hab ihn nicht treffen können! Die suchen Deckung! Die kommen nicht weg! Direkt voraus! Oh, zeiglich! Oh, zeiglich! Die legen dich um in Deckung! Muss nachladen! Achtet auf den Balkon! Klee unter Beschuss! Sekunde! Ich hole dich aus! Scheiße, auf das falsche geballert! Achtet auf den Balkon! Leifer! Scheiße, Alter! Scheiße, Alter! Auf die Bühne! Auf die Bühne! Schnaufe auf! Ich verschläge! Einfach mal Sperrfeuer! Für Schweine! Einfach mal Sperrfeuer! Noch ein Scharfschütze! Scheint mir nicht so! Mein letztes Magazin! Ah, ist mein letztes Magazin mit der Waffe! So, ein bisschen Munition! So, jetzt haben wir noch eine Sniper mit dazu geholt! Ja, das gefällt mir schon ein bisschen mehr! Ein bisschen eher! So, jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen durchrennen hier! Um die anzutriggern! Anzutriggern? Ja, ihr habt so viel Dark Souls, glaube ich, gespielt zur Zeit! Nichts! down scheiße sniper ich war nicht wie das so ist generell richtige zwei scharfschützen in einer battle ist wahrscheinlich so ein kampf über tage hinweg weil keiner einen fehler machen darf ein schuss verrät schon die komplette position und blablabla und hast mich gesehen stelle ich mir richtig hardcore weiter die entdeckung sicher das hätte mir schon vorstellen dass wirklich über tage in der gegner gefeiert wird obwohl überhaupt keine kugeln fliegen Vorsicht, Vorsicht! Verdammt, wir sind eingekreift! Mit Denkung! So, Mit Denkung! Es ist tot! Auf 9 Uhr! Aber... Mit Denkung, du bist jetzt auf! So ein Scheiß, Alter! Verdammter, Wichser! Was geht doch ab hier, Alter! Ja, verdammte Kacke! Blöder Wichser! Blöder Wichser! Blöder Wichser! Blöder Wichser! Ziel erledigt! Spürfeuer! Hinter dir, pass auf! So, hier sehe ich keinen mehr. Blöder Wichser! 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 Und dann nehmen die mich gleich mit die Schweine. Halten sie durch. Wie oft muss ich diesen Satz hier hören, Alter? Schnauze! Fuck you! Ich bin ein Schreiner. Alter, woher weiß ich, dass ich hier bin? Ich bin faktisch nochmal unsichtbar! Dreckiger Hurenpisser, ey! Ja, ich kann solche Ausdrücke aussprechen. Warum? Weil ich es kann. Weckt mich. Scheiße da. Ey, da kommen jetzt einfach nur an Mast gerade Gegner. Wo werden die alle rausgeschissen? Die Feier. Ja, wissen wir. 20,55. Einen ganzen Scheiß nochmal. Mal verwechseln. Arfe wechseln. Ziel erledigt. Weg, direkt. Ziel erledigt. Wir auch nicht. Alter, was soll der Müll jetzt schon wieder? Ja! Keine zwei Minuten durchgehalten. Ey! Kannst du mal sehen, wie unnötig das ist schon wieder hier alles. Ja, ich will das jetzt nicht 43 mal sehen, ey. Ich glaube, mir geht jetzt nicht noch mehr. эта Linke, die gleiche grind, 10,rim, 20,でも ganz arm! heißt das Ding, 13,25, kam? Beat. Los. Shin. ástico está durchgezuckt.